Was ist die nächste und die abschließende Runde der Bürgerbeteiligung? Wir laden Sie herzlich ein, an den Werkstätten teilzunehmen, die im August an zehn Orten in der Stadt stattfinden und an den späteren Expertenrunden, so sie dazugehören. Es ist noch einmal die Chance, Gedanken mit einzubringen, konstruktive Vorschläge, aber auch Kritik zu äußern an den Maßnahmen und Projekten, die wir jetzt entwickelt haben. Und Sie werden sehen, es lohnt sich. Wir haben doch einige spannende Entwicklungen in den letzten Wochen erlebt. Es werden überraschende, vielleicht auch etwas neue Vorschläge dabei sein. Und wie gesagt, es ist die letzte Runde, ehe der Rat Ende des Jahres in großer Verantwortung entscheiden wird. Machen Sie mit, bringen Sie sich ein. Ich freue mich auf Ihre Beiträge.